Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute sind wir wieder in Minecraft. Ich weiß, letztes Mal war ja ein bisschen heiße, ein bisschen hier und da. Ich hab dir doch gesagt, du darfst doch nicht hierher. Ich hab nichts geklaut, ich hab nur geschaut. Aber diesmal versuch ich echt mal, ich guck mal, vielleicht finden wir einen gemeinsamen Nenner und ich darf wieder mitmachen beim Server. Ich frag mal die Jungs. Minecraft, okay. Was geht, Jungs? Was geht? Oha, Digger, chillt doch mal. Bro, nein, 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 wenn du jetzt fragst, Minecraft, Bro, ich sag dir ehrlich, nein. Okay, guck mal, okay, okay, letztes Mal, komm mal, hör zu, letztes Mal. Nein! Okay, warte kurz, lass mich einen Kompromiss anbieten, guck mal. Letztes Mal habt ihr einen Fehler gemacht, ihr habt mich gegen euch spielen lassen, okay? Jetzt lasst mich einfach rein, okay? Ich mach keine Scheiße mehr, versprochen. Komm, wir sind doch Freunde, Bruder, wegen einem Spiel, wir können doch jetzt nicht hier. Ja, okay, ja, also ich sag, schau mal, okay. Ja, okay. Jetzt gibt's ein Problem, Bruder. Was? Ich glaub, Omut will nicht, dass du kommst, ganz einfach. Ja, okay, ich geb mir schnell die IP-Adresse, ich geh schnell drauf, bevor der kommt von Afgacin. Alles gut, schick schnell, bevor, Bruder, der kommt, der kommt. Bruder, wa... Omut, chill. Ich mach mit beim Minecraft-Projekt, alle haben ja gesagt. Omut, beruhig dich, Schau. Ich beruhige dich, Beruhige, Zahn, beruhig dich. Beruhig dich. Er macht mit, wir drei an. Nein, wenn auch nicht, er bist gut. Ich komm jetzt drauf. Ja. Du darfst sogar in unser Dorf, komm rein, Hadi. So, neues, neue Welt, neues Glück, neues bla 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 bla. Ich fang jetzt an direkt. Wer ist das? Was machst du hier? Berkoli. Warum spielst du hier alleine und die anderen sind da hinten, in der Falle? Warum bist du hier alleine? Ja, die wollten mich nicht bei sich haben. Ich sollte jetzt alleine was machen. Bruder, das Gleiche haben die bei mir auch gemacht, letztes Mal. Gib mir ein bisschen was von deinem Brot, wir arbeiten zusammen, okay? Wir machen zusammen. Warte, wohin gehst du? Ich geh mal zu den anderen. Ich sag denen, dass wir jetzt zusammen sind. Nein, 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 sag das denn nicht. Chill, chill, sag das denn nicht. Hallo, Jungs. Ey, was machst du denn hier wieder? Hä? Hallo. Moment, Moment, Moment. Mach meine Tür auf. Nein, 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 hab ich dir nicht gesagt, dass du irgendwo alleine bist? Guck mal, Jungs. Ey, ist so dumm, Bruder, er soll es nicht sagen. Ich bin jetzt mit Berkoli in einem Team. Mit wem? Mit was? Mit Berkoli. Wie dumm kann man sein, Bruder? Ach, ein Team? Hey, Popo, Lomutz. Ja, ja? Ich gebe dir Brötchen, wenn du ihn umbringst. Hallo, nein. Hallo. Sehr schön, Lomutz. Geil. Ja, ist gut, Bruder. Gründig. Berkoli soll ja auch in seinem Team sein, oder nicht? Ja, ja. Ihr wird dir auch ein Verbot gegeben, dass er zu uns kommt und Team machen soll. Oh, oh, Digga. Ja. Digga, ich habe ihm gesagt, er soll nicht dahin gehen. Clipo, chill mal. Chill mal, Clipo. Chill mal, komm mal her. Ey, 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 Jungs. Was macht der T&D, Mann? Brück den Bogen. Brück den Bogen. Äh. Bruder, ich habe dir gesagt, geh nicht zu denen und sag das denen nicht. Warum hast du mir nicht gehört, Bruder? Ich wollte denen das doch sagen. Die haben mein ganzes Haus kaputt gemacht. Ich habe kein Bock mehr. Ich habe kein Bock mehr. Wir können das wieder reparieren. Hier, schau. Nein, nein, ich habe kein Bock mehr. Bruder, schau hier. Nee, das ist einfach, Bruder. Das kann man schnell wieder machen. Ich habe kein Bock mehr. Bro. Jungs, Jungs, Jungs. Ihr habt gesagt, ich kriege auch mein Dorf so. Achso, ja, ich habe es vergessen. Ja, ja, du bekommst ein Haus im Dorf. Berkuli, folg mir, Bruder. Ist das euer Haus hier? Ja, ja. Geh nicht rein, hey. Geh nicht rein. Oh, man, beruhigt dich. Oh, man, du gehst in die Mine. Ah, da auch. Ja, damals Mahmoud gewohnt, aber... Das ist ein schönes Haus. Kann ich hier wohnen, ey? Nein, nein, nein. Das ist Hüseyin da vorne. Hier sieht echt schön aus, Bruder. Ja, ja, komm mal mit. Wir sind nicht mehr weit weg vom Haus. Bruder, was ist das da? Renovieren, das ist ein guter Haus. Haben wir für dich gemacht. Ich dachte, ich kriege ein richtiges Haus. Nicht so ein kaputtes. Ja, hier, äh... Bruder, geh, geh, okay, geh, geh, geh. Lass mich, geh. Ich spiel jetzt einfach für mich. Ihr macht euer eigenes Ding. Irgendwer ververs, was ihr macht. Nicht mal eine zweite Tür, Digga. Was ist das? Bruder, was mach ich jetzt hier, Bruder? Was, was, was ist das hier? Guck mal, die da oben leben wie die Könige, Bruder. Und ich hier. Scheiße, wie immer. Wie immer, immer bin ich am Tisch, Bruder. Egal, was ich spiel. Hier, was ist das hier, Bruder? Hier, kaputte Ambos, Bruder. Hier, ein bisschen Essen, okay. So, ich... Ja, diese Muchsachen hier. Unsichtbarkeit ist dran. Was ist das für... Das muss ich verstecken, Digga. Ich glaub, die haben das hier vergessen oder so. Ich bau jetzt hier erstmal eine zweite Tür hin, Bruder, weil das alles kacke sind. Währenddessen, Leute, ich hab gesehen, das letzte Minecraft-Video habt ihr echt gefeiert. Wenn ihr mehr Minecraft-Videos sehen wollt, lasst ein Abo da auf diesem Kanal, okay? Lasst ein Abo da und lasst ein Like da, Digga. Es kann nicht sein, dass ihr schaut, schaut, schaut. Ihr konsumiert meine Videos. Und lasst nicht mal ein Abo da. So, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Flucht der Bindung. Ich kann die Schule nicht mehr abnehmen. Seit wann gibt's sowas? Das ist wichtig. Das könnte ich gebrauchen. Zack. So. Okay. Ich guck mal, was die Jungs da oben noch treiben, wirklich, Bruder. Was soll ich alleine machen? Äh, Omut, hör zu. Du bekommst das Schwert. Du gehst Fleisch holen. Alter, du gehst in die Miene. Salamu alaikum, Nachbarn. Oh, alaikum salam, Bruder. Oh, alaikum salam. Wie gesagt, Jungs, ihr geht schon mal vorn. Ja, ich wollte noch mal schauen ein bisschen. Ja, alles klar. Und ich geh holzun. Ciao, ja. Ich will mal gucken, was die haben, Bruder. Bisschen gucken, neugierig. Ja, mir, guck mal, wie süß die gemacht haben, betten, Bruder. Deutschland-Flagge. Hopelomot. Das haben die hier oben. Ah, das Lager. Oh, Pasha, seine Truhe. Oh, vielleicht kann ich mir ein bisschen sneaken. Oh, fällt nicht auf, Bruder. Die haben eh genug. Nein, die sind arme, Bruder. Pashas Truhe. Ardas Truhe. Ja, auf, Bruder, auf, groß. Umut, seine Truhe. Digga, immer der, Digga, immer der. Oh, was ist das, Bruder? Hier kann ich mir nix rausnehmen, Digga. Oh, oh. Chill, 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 chill. Was machst du hier? Chill, 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 chill. Chill. Bruder, ich wollte nur schauen, nur gucken ein bisschen, chill. Nur gucken. Pats nicht. Alles gut, ich hab nix genau. Ich werde dich nicht petzen, aber ich muss dir dann mal zeigen. Also, du petzt mich nicht, aber du zeigst mir was dafür. Genau, ich hab ein Experiment. Ich will, dass du auch teilnimmst. Komm mit. Okay. Geh, zeig mir. Niemand darf das raushalten, okay? Okay. Umut, geheim. Ich fäng dein Deutsch, Bruder, wie dein Geheimwesen. Ja, okay. Oha, Bruder, was ist das hier? Komm mit. Eisen, gut zu wissen. Okay, warte. Du musst auch gleich teilnehmen, okay? Komm mit. Ja, wenn du mich nicht verpetzt, Bruder. Was ist das für Geräusch? Bruder, was macht das mal aus? Bist du behindert, was? Okay, okay, okay. Was willst du jetzt von mir? Was willst du mir zeigen? Ich will, dass du da teilnimmst. Niemals. Niemals. Bruder, alles aber, das mach ich nicht will, Bruder. Niemals. Vergiss es. Viel Spaß, hier rauszukommen, Bruder. Da mach ich nicht will. Ich muss das renovieren, Bruder. Das kann ich... Hier kann ich nicht wohnen, Bruder. Selbst wenn es ein Spiel ist, ich muss daraus eine bessere Base machen. Deswegen Axt in die Hand, Bruder. Und ein bisschen Holzfarben. Skelette, Bruder. Egal. So. So. Fertig. Wie findet ihr es? Seid ehrlich. Hier so ein bisschen Farmarm. Hier so zum Chillen ein bisschen. Guck mal, das Ding ist, die denken, da oben, Bruder, die können mich in so einer Bruchbude leben lassen. Nicht mit mir, Bruder. Ich bin ein selbstständiger Mann. Dieses Wasser will ich umplacen. Das will ich eigentlich. Hier war es gut. So, jetzt fließt es aber besser. Hier, genau. Was? Was ist das, Digga? Heilige Scheiße, Digga. Damit will ich gar nichts zu tun haben. Hier bin ich fertig, Digga. Ich gehe jetzt mal hoch, Digga. Mal gucken, was die macht. Das Geile ist, ich kann das hier wie einen Aufzug benutzen. Der ist hier am Farm, wie immer. Warte mal, was ist das, Digga? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das? Sehr gefährlich. Wer ist da? Der ist da. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Oh, Bruder. Wie viel Holz haben die gefarmen? Mine. Zwei Leute vermisst. Nicht rein. Gefährlich. Hey, was ist das, Digga? Holy shit. Okay, das ist geil, Digga. Aber warte mal. Niemals komme ich hier wieder rein. Ich gehe hier raus, Alter. Oh shit. Ey, chill, 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 chill. Ich verstehe eine Sache nicht mehr. Ich habe dir gesagt, du kannst in diesem Dorf leben. Siehst du etwa die Schilder nicht? Ja. Das ist doch nur auf Troll, Digga. Niemals. Auf Troll meinst du? Okay, okay. Ich habe verstanden. Ich bin auch so lieb und begleite dich nach oben, okay? Nach oben, ja, ja, ja. Geh vor. Wo? Guck da nicht hin. Okay, okay, ich gehe. Was ist vor deinem Ding? Alter, komm, wir müssen in den Besprechungsraum. Um und auch in den Besprechungsraum. Näm. Digga, warte. Nein, da muss ich noch rein, Digga. Da war noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt mache. So, Geheimtruhe. Es wird Zeit. Unsichtbarkeitstrank. Was wollen die mir wieder verbergen? Da hinten sind die, Digga. Es wird Zeit. Okay, man sieht mich nicht gut. Wir haben uns hier versammelt, um drei wichtige Punkte zu besprechen. Omut, wie sieht es mit dem Essen aus dem Dorf? Essen ist gut, Habibi. Es läuft. Du weißt Bescheid. Wir gehen jeden Tag. Das reicht, das reicht. Du übernimmst weiterhin die Frage, okay, Omut? Alles gut. Arda, du wolltest was Wichtiges bemerken? Der kann mich an seine Versprechen nicht halten. Wir sagen dem tausendmal, der soll das nicht machen, dies nicht machen. Er macht es. All die Jahre arbeiten wir an dieser Forschung. All die Jahre arbeiten wir an ihm. Wir können diese Forschung nur zu Ende bringen, wenn wir Berkulis Seele bekommen, indem wir ihn in eine Falle locken und umbringen werden. Denkt ihr wirklich, ich bin nett zu ihm? Denkt ihr, ich gönne ihn, dass er hier spielt? So, ihr geht jetzt nach oben. Ich räume die Flaggen auf. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, Digga. Ich habe keine Zeit mehr, die sehen mich gleich. Digga, ich muss, ich packe meine Sachen, Digga. Ich verpiss mich von hier alles. Kein Bock mehr, Digga. So. Oh. Hey. Was machst du hier? Was planst du denn? Was geht? Hier ist nichts, alles gut, alles gut. Ich wollte euch nicht nerven, Bruder, weil ihr baut hier da oben und ich wollte einfach umziehen. Alles gut, du bleibst hier. Nein, nein. Alles gut, du bleibst hier. Okay, du bleibst hier, okay? Digga, war hier nicht dieses eine Haus von diesem Mahmoud, Achmoud, irgendwas? Boah, ich muss hier weg, Bruder, bevor mich einer sieht. Ich muss jetzt. Es gibt keinen anderen Weg, Bruder. Die lassen mich nicht wegziehen. Ich muss kämpfen gegen die. Aber nur mit diesem Erschwert reicht das nicht. Okay, ich denke mir was aus, Digga. Okay, okay, okay. Ich bin bereit, Digga. Ich bin bereit. Ich werde dir zeigen jetzt. Ich werde dir zeigen. Ich habe mir auch schon die eine oder andere Falle überlegt. Seid einfach gespannt. Ihr werdet es schon sehen. Okay, ich werde es nicht direkt anziehen. Ich werde es erst anziehen, sobald die mich verfolgen. Weil sonst verfolgen die mich nicht. Weil sonst denken die sich, der hat zu krasse Rüstung. Hallo, Jungs. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sage euch, wie es ist. Hier, hier, hier. Komm schon mal hier. Okay. Ich will euch was sagen. Ich erkläre euch den Krieg. Um uns. Bring ihn um. Jaki, los. Bitte. Er hat eingebaut. Mach Platz. Arda, schnell. Arda, bring ihn um. Arda, Jakin. Arda, hinterher. Arda, nein. Arda, pass auf. Nein. Arda. Komm her, du kleiner Bastard. Ich würde dich umbringen, Mann. Komm her. Ich muss das schaffen jetzt, Digga. Der Idiot wird safe in Lapislazuli rein, Digga. Der Idiot wird da safe reinspringen in Lapislazuli. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ja, nein, was, was? Du dachtest, spinn doch mehr. Ich habe keine Chance mehr. Was sagst du jetzt, hä? Dann sterb auf Erden. Woher jetzt, Digga? Woher, 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 woher? Ich habe trainiert. Komm, trau dich, Herrmann. Du musst sterben für deine Taten. Du bist ein Heuchter, ein Verräter. Du hast dich das zweite Mal verraten. Ich werde niemals sterben, Berkulik. Nein. Ich werde niemals sterben. So, Berkulik König. Das ist jetzt alles meins. Männer, Pasha, komm auch in die Reihe. Ja, wenn du jetzt bist, du ein Kopf kürzer. Oh, Umut. Ja? Zieh deinen Helm aus. Du siehst nicht mal was. Ja. Ihr habt alle eure Spitzsacken. Du gehst jetzt farmen. Du besorgst Fleisch. Du, du, mach auch irgendwas Produktives. Haut ab jetzt. Meins jetzt. Raus, raus. Äh, ich habe dir das Daumen auf den Haufen. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha, ha.